herzlich willkommen zurück zu meinem neuen video ich bin der booster und wir spielen path of exile in der herausforderungsliga trial of the ancestor also 3.22 und ja es ist jetzt wieder eine woche vergangen in der letzten woche haben wir ein bisschen über essenzen gesprochen wie ich essenzen farme und ja ich habe jetzt die woche nicht so viel zeit gehabt zum farmen es ging ein bisschen ich habe ein bisschen ressourcen bekommen ist jetzt nicht mehr ganz so viel da ich habe ein bisschen geschafft für uns und ich würde gern das video damit man sich ein bisschen ein bisschen darauf einstellen kann wieder zwei geteilt lassen im ersten teil gehen wir auf die änderungen vom bild ein und im zweiten teil würde ich gerne hier drauf eingehen es gibt ja hier in der werkbank das sind die normalen prefix und suffixe die man verkraften kann sonstige sind so fassungen dann für verzauberungen sind hier für die flaschen und hier unten gibt es ja ja hier gibt es sogar noch sachen hat ja die ich noch gar nicht freigeschaltet habe da müsste ich noch mal in der story durchlaufen und es gibt ja hier diese verhüten diese verhüllten modifikatoren das können suffixe oder prefix sein und jetzt jetzt ich habe hier echt noch nicht so viel gemacht ein paar habe ich schon aber jetzt nicht ultra viele und damit möchte ich heute ein bisschen darauf eingehen wie kommen wir hier auf neue oder an neue rezepte hier müsste ich in den westwald und hier müsste ich nach port interessant habe ich noch gar nicht gecheckt dass mir da noch zwei rezepte fehlen gut dann fangen wir einfach an mit den änderungen am bild ich habe ein paar sachen geändert und zwar ich gehe mal hier in den ding rein in den in den passiven tree und ihr seht hier sind ist ein anderer tool drin der tool ist gleich geblieben da habe ich nichts geändert ich habe auch hier an diesen an diesen tools nichts geändert aber ich habe hier was geändert darauf gehen wir gleich ein und ich habe hier diesen tool verändert gehe mal kurz ins ding und zwar das ist der alte damit wir den einfach daneben halten können das war hier der alte tool mit in die schlacht erholung und verfaulte clown verfaulte clown hatten wir gar nicht ausgerüstet oder ange oder ausgewählt weil ja wenn ich zwei skill punkte noch hätte würde ich die wahrscheinlich da investieren hatte ich jetzt nicht da ich das ähnlich verwendet habe die verfaulten clown zeig mal mit also hier drüben steht ja hier auf der seite in weiß steht dann immer was die jeweilige jeweilige ja fähigkeit kann und ich habe geschaut dass ich an einen ja einen tool bekommen der genau das hat in die schlacht und erholung das sind die zwei sachen die auch drauf sind die verfaulte klauen war halt nicht drauf war mir dann auch gar nicht so wichtig hier haben wir ja die hungrige hungrige geschöpfe so das heißt diese steht das also das steht hier nicht weil er weil das jetzt hier eingebaut ist aber man kann das jetzt hier oben lesen hungrige schöpfe heißt zehn prozent mehr leben zehn prozent mehr schaden und wir wenn die monster angreifen bekommen die noch mal vier prozent dem schaden den sie machen als leech und je höher wir den schaden pushen umso mehr können sie sich gegenheilen man könnte natürlich ein juwel finden der vielleicht da man ja nicht zweimal den gleichen mod auf dem gleichen mod auf dem gleichen juwel haben könnte man aber hier den hungrige geschöpfe hier drüben noch mal haben und wenn man dann hier zum beispiel erholung hier auf diesem schul hat das kann man dann so oder so kombinieren also das ist dann euch überlassen welche modis modifikation ihr auf den juwelen hat ihr müsst das nicht hundertprozentig so haben wie ich habe ich habe dann noch geschaut dass die kreaturen erhöhte angriffs und zaubergeschwindigkeit haben das habe ich auf beiden drauf an den einen ist nur zwei also nur die wirkung das heißt diese 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 punkte ist das schon hier steht 65 prozent und hier steht sechs prozent das ist genau das um 25 prozent ist das erhöht also in dem fall ist statt 56 prozent und statt zehn zwölf prozent das ist halt einfach noch mal nice der boost das ist das alte juwel und hier war auch kreaturen genau hier war auch kreaturen geschwindigkeit drauf wichtig ist halt dass ihr bei den cluster jules sucht hier oben steht dass der dritte weiße hinzufügen gewährt und dann kreaturen verursachen zehn prozent mehr schaden das heißt die zehn prozent sind immer drauf das ist hier auf der klein note und die anderen zwei modis sind dann die anderen zwei punkte die hier auf der kleinen note ist bei der grund bei der mittleren note ist dann immer die fähigkeit die hier drauf ist also in die schlacht und hier oben ist die erholung generieren noch mal unsere kreaturen ein prozent pro leben pro sekunde also je mehr leben je schneller regenerieren sie sich und hier den punkt habe ich jetzt nicht genommen weil ich habe hier den kreis geschlossen habe hier unsere alten zwei juwelen wieder eingefasst damit wir quasi bei dem rat haben ich habe hier auch geschaut dass halt nicht wie hier zwölf passive sind bei minions es gibt ein paar bilds wo das praktisch ist wenn das halt zehn elf oder zwölf passive drauf sind weil das sind dann ja jedes mal zehn prozent mehr schaden ich habe das jetzt aber hier so gemacht dass ich nur auf acht gegangen bin damit konnten wir am ende nachdem wir hier alles ausgerüstet haben wieder zwei punkte einsparen ja wir hatten er vorher hier den zehner er den zwölfer drin und mussten ja alles nehmen um überhaupt die unserer beiden schulsockels zu verwenden und quasi haben wir jetzt zwei punkte eingespart und diese zwei punkte habe ich investiert um das zu aktivieren einerseits um hier rauf zu kommen und dann die passive also diese note zu nehmen das ist ja das äquivalent ihr zu diesem cluster das heißt einmal hoch und dann hier auf stärke und das heißt das nimmt man gerne normalerweise nimmt man diese noten gerne mit bis jetzt war so in dieser diesen hat sich ein bisschen geändert nimmt man diese sachen mit um um zum beispiel wenn man irgendwie ein defizit in stärke oder in geschick oder in ihn oder wo auch immer hat dann kann man hier einfach noch mal 30 punkte reinnehmen oder für einen skill punkt quasi kaufen und gerade beim anfang vom level prozess ist das immer ganz angenehm wenn man hier einfach noch mal zwischenzeitlich sicher ein bisschen so ein so einen kleinen boost holen kann damit man seine games laufen kann weil die games haben ja immer eine anforderung von stärke geschickt oder int je nachdem welche gamme das ist und so kann man dann für fehlende stats nochmal ausgleichen wir sind bei einem punkt wo wir genug stats haben um unser gear um alles zu tragen deswegen ist der punkt die 30 stärke für uns nicht wichtig sondern für uns ist wichtig in dieser liga gibt ja jetzt tattoos und es gibt ein tattoo was nur auf so eine auf so eine note kann und hier steht plus 1 zur stufe aller stärke fertigkeiten begrenzt auf eine tätowierung einer bedeutenden attributs passive dass wir eine kleine attributs punkt und eine bedeutende ist immer diese drei diese plus 30 ob das jetzt geschickt oder stärke ist das ist dann egal in dem fall ist für das attribut stärke können wir dass die 30 stärke umwandeln und zwar plus 1 zu aller stufen der stärke fertigkeiten für stärke fertigkeiten sind alle fertigkeiten gemme die rot sind und rot sind ihr trotz banner entschlossenheit unser guardian unser spell und hier unser unsere aura was keine fertigkeit ist das nicht zu verwechseln ist zum beispiel hier zaubern bei elitenden schad das ist nur eine support gamme genauso wie hier unterstützung göttliche segnung ist auch nur eine unterstützung das heißt da würde oder da zählt das plus 1 zu stärke fertigkeiten natürlich nicht hier bei unserem schild zählt das wieder weil das nicht eine weil das halt ein skill ist nur dass man das im kopf behält dass das nur auf fertigkeiten also auf skills geht nicht auf support skills das habe ich noch mal mitgenommen damit haben wir jetzt ihr habt gesehen wir sind jetzt hierbei beim guardian plus fünf bei unserem ja bei unserem spell ihr sie ja mit über 10.000 damage dazu bekommen nur weil wir jetzt quasi jetzt hier noch mal ein level dazu bekommen haben und ich habe es leider immer noch nicht geschafft ein 21 20er zu bekommen da sind schon einige versuche wieder kaputt gegangen hier habe ich noch mal nachgeschaut leider bringt uns das eine level auf dieser gemmen nichts weil wir brauchen eine plus 23 gem oder 23 plus um plus fünf zum maximalen feuerwiderstand zu bekommen bei 22 haben wir leider nur plus also haben wir immer haben nur 400 zu maximalen feuerwiderstand deswegen musste ich die gemme hier drin lassen ich habe es versucht zu testen oder aus zu haben umzustellen weil wenn wir hier eine 21er gemme bekommen würden 21 20 plus diesen fertigkeits geben kommen wir ja auf level 22 und 22 reicht leider nicht um plus fünf zu max feuerwiderstand zu bekommen das ist ein bisschen schade aber so ist es deswegen lasse ich die gemme jetzt hier im ring mir wäre es also meine idee war wenn plus 22 gereicht hätte dann entschlossenheit zu nehmen weil je mehr rüstung wir haben je mehr rüstung unsere mobs und seine minions haben umso tanker sind wir dann hätte ich diese entschlossenheit hier reingegeben und die reinheit des feuers dann hier reingegeben aber ist halt so dann akzeptieren wir das jetzt und deswegen belassen wir das und ich habe dann noch eine änderung vorgenommen nachdem hier alles gleich geblieben ist habe ich hier die erhöhte wirkung von opferung rausgenommen wir haben ja hier das seelenopfer immer wenn wir kasten haben wir eine chance dass wir die leichen die da sind konsumieren und wenn wir sie konsumieren je nachdem wie viele leichen wir auf einmal konsumieren umso größer ist dann der buff den wir an unsere minions geben und diese machen dann noch mal mehr schaden ich habe diesen 20 prozent jetzt den boost hier auf diese opferung rausgenommen und das hier oben rein investiert und allein der punkt macht schon einiges aus ich nehme das noch mal raus jetzt sind wir bei 69 5 und ja weil den will ich nicht haben zeichen sondern ihr blitzschaden wenn wir den noch mal nehmen ja bumm einfach noch mal knapp 7 7 halb tausend fast 8000 damage mehr also das zahlt sich glaube ich schon aus den punkt zu nehmen weil wir haben ja zwei sachen nicht nur dass die mobs schneller sterben sondern je mehr damage unsere minions machen umso mehr litsch bekommen sie umso schneller können sie sich wieder hoch heilen weil wir hatten ja gerade in der in der ja in der krassen essenzen erinnerung von ein hat das problem dass ja gerade wenn so monster kommen mit viel mit dem blut also mit dem blutstecks dass unsere monster verlutet sind wir haben sie auch fast geschafft dass unser animate guardian stirbt also es war echt ein bisschen ein eier tanz zum ende hin und da habe ich mir jetzt noch mal ein gem geholt und ich kann das ja noch mal zeigen weil ich zeig das noch mal ich habe eigentlich habe ich zwei gekauft wenn ich ehrlich bin den gebe ich mal zurück ich habe das gekauft und das war unser alter den wir drin hatten ist es nur ein bisschen schöner das war der alte den wir drin hatten einfach kreaturen elementar widerstände noch mal blitzschaden obwohl das gar nicht so wichtig ist rüstung ist auch nicht so kältisch widerstand war schon ganz okay aber da wir jetzt genug von dieser resistance haben wir also wir sind da sehe für dich sagen habe ich dann erst das war glaube ich nur paar chaos eine handvoll chaos einfach den gem gekauft und wichtig war mir da nur erstmal nur die der suffix ihr könnt nicht von verderbten blut betroffen werden und ich habe dann noch mal geschaut dass ich irgendwas bekomme dass unsere kreaturen einfach noch mal ein bisschen mehr resistance bekommen und das waren die zwei mods nachdem ich geschaut habe habe den billigsten gekauft der so halbwegs für uns passt der hat auch glaube ich nur eine handvoll chaos gekostet also wirklich nichts einfach zu schauen ob dieser mod dieser corrupted mod uns was bringt habt dann gesehen ja wir sind jetzt nicht unsterblich deswegen oder so aber es bringt was auch die minions verbluten dann nicht so schnell auch wenn das corrupted blatt kommt ist dann nicht ganz so krass es ist zwar noch da und ist auch am am golem sieht man das relativ dass er schnell noch leben verliert aber nachdem ich gesehen habe es bringt schon was habe ich mir dann entschieden diesen gem zu holen der war ich was hat er jetzt gekostet ich glaube zwei die weinen also war jetzt nicht so billig aber es ist okay würde ich sagen ja und wie gesagt wie mir waren wichtig des gegen verderbten blut ist und ich glaube 200 chaos hat er gekostet 200 chaos hat er gekostet ein die weinen ungefähr kreaturen schaden kreaturen haben noch mehr elementar widerstände haben wir hier noch mal einen punkt sogar drei punkte mehr als bei diesen hier waren es glaube ich 9 genau 9 prozent also das war mir wichtig nice ist überwältigt zwei prozent physische schadensminimierung ist ganz okay es macht jetzt bei uns nicht mehr viel aus kreaturen ist noch mal nice dass sie noch mal leben regenerieren also noch mal dagegen arbeiten können falls sie schaden bekommen und erhöhter ausweichen während der bewegung da wir ja oft und vielen bewegungen sind haben wir da halt noch mal ein bisschen ja ausweichwert obwohl man muss ja auch sagen wir gehen nicht auf ausweichen wie unser wert ist jetzt nicht ultra krass hoch deswegen die 30 genau die 30 prozent macht jetzt nicht in dem ja das krautfett wir gehen auf rüstung auf blocken und das sind hier die die sachen und unserer rüstungswerte wenn wir hier die flasche aktivieren als immer bei 36k und hier block schaden ist halt für uns sehr interessant das sind so die änderungen die ich jetzt vorgenommen habe am bild ich zeige noch mal den ganzen baum ansonsten hat sich nichts verändert wenn ich noch ein level machen würde ich bin jetzt hier ja ungefähr bei einem drittel wieder fürs nächste level und dann würde ich vielleicht würde ich hier noch mal die 20 prozent opferung mitnehmen und ansonsten würde ich wahrscheinlich hier hinten leben noch mal mitnehmen man könnte auch dann hier noch mal reingehen hier hätten wir noch mal die kreaturen zum buffen mit acht prozent mehr leben hier oben könnten wir noch mal attack speed holen für die für die kreaturen was sich auch nice ist das genau hier könnten wir noch mal blitzschaden dazu nehmen alles was hier in dem blauen ring ist die anderen sachen waren glaube ich nicht so interessant für uns ja es gibt auf jeden fall sicher noch hier und da noch eine option eine möglichkeit zu ja zu leveln klar wir sind jetzt level was 94 theoretisch potenzial hätten wir jetzt noch 67 level bis 100 aber ich bin ganz ehrlich habe das glaube ich noch nie erreicht die 100 weil es mir nie wichtig war muss ich auch ehrlich zu geben dass mir das nie wichtig war ich rechne immer so mit level 95 so meine charaktere durch mal habe ich 96 mal habe ich noch 94 so wie jetzt hier das ist für mich alles alles absolut fein klar könnte man wenn man hier noch fünf level dazu hat sage ich jetzt mal würde ich natürlich hier in leben noch mal reingehen ich würde wahrscheinlich wenn ich die level habe auch hier die opferung noch mal mitnehmen ansonsten hier haben wir noch mal leben und dann vielleicht hier noch mal in damage reingehen hier mal blitzschaden hier oben haben wir noch mal die kreaturen können wir dann mit unserer die kreaturen noch mal buffen dass ja das würde ich wahrscheinlich nicht nehmen und hier mana ja jetzt nicht so strong und hier wäre auch noch eine option also sind schon noch fünf sechs möglichkeiten die man auf jeden fall mitnehmen könnte und ich würde dann das habe ich leider noch nicht geschafft weil es ja mit dem kaufen nicht so gut war aber ich würde dann vielleicht hier noch ein paar von diesen tätowierungen kaufen und einfach hier noch mal einfach die unsere blog chance weil wir gehen ja auf blocken hier noch mal zu erhöhen ich hoffe damit konnte ich jetzt die änderungen die wir vom letzten woche oder von den letzten session die wir gemeinsam gemacht haben gelernt haben umsetzen es war der schul also der cluster schul der hat ungefähr glaube ich zwei zweieinhalb die weinen gekostet der war recht teuer er war gar nicht so teuer der war ein die weinen also das ging es war ein die weinen der war recht teuer mit 200 chaos was auch okay ist noch irgendwo hatte ich doch noch zwei die weinen ausgegeben oder war das hier der juwel das kann auch sein dass der juwel zwei die weinen gekostet hat das waren 200 chaos oder sowas ja um die 200 chaos was habe ich noch gemacht naja genau die tätowierungen aber die hatte ich schon die hat auch glaube ich ein die weinen oder so gekostet ja das nah und das waren so so ja es ist jetzt nicht ultra viel zusammenkommen wir haben wir waren ja auch relativ blank letztes wochenende wie gesagt ich bin jetzt auch nicht krass dazu gekommen zu farmen dennoch ja wir haben genug ressourcen gehabt dass ich die sachen leisten konnte ich habe auch hier die ein oder andere gem jetzt schon auf 21 gebracht weil der war schon auf 21 ihr das sammeln der golem ist auch schon fürs ja ein paar games sind halt noch nicht auf 21 und und hier wie schaut es hier aus mit den games ja bei manchen zahls ist auch nicht mehr wirklich aus na also hier zum beispiel mal des assassine wäre sicher noch interessant na aber hier bei seelenopfer das einzige was sich hier glaube ich ändert ist der multiplikator da wird es einfach statt 158 vielleicht 159 stehen auch hier glaubenseifer ist nicht trotz banner könnte man noch mal schauen entschlossenheit reinheit ist feuer bringt leider nichts das nur auf 21 zu haben präzision müssen wir ja kämpfen weil wir sonst kein mann haben ihr lava schild wird noch ausgelöst vom vom zaubern bei litten schaden obwohl wir hier ein level höher sind aber das geht dann zorn da könnte man auch noch mal der mensch raus und ich hatte hier auch bei den games genau hier zum beispiel ich versuche halt immer die sachen nachzuziehen aber ihr seht es klappt manchmal nicht manchmal klappt es dann kann ich das austauschen den gem ist jetzt das war sogar der alte das war nur ein 20 23 er ist zwar nice die 23 aber bringt nicht so viel andersrum ist mir lieber dann wo war er hier 21 20 ist auf jeden fall besser und so haben wir jetzt durch diesen durch diese modifikation auf diesen passiven tree dadurch dass wir hier ein bisschen umgestellt haben wir haben jetzt ein bisschen weniger in kreaturen schaden drin weil wir hatten ja vorher die zwei punkte wie wir jetzt hier gespielt haben ja hier in dem cluster verbaut die haben wir quasi eingespart durch diese umbau maßnahme das plus eins bringt noch mal der mensch hier bringt es noch mal der mensch hier haben ein bisschen der mensch eingebüßt muss man auch sagen aber in summe haben wir jetzt trotzdem am ende über 10.000 damage mehr das ist nur der reine dps wert im hideout ich glaube im im path of building sind wir bei 2 300.000 dps oder so ich weiß jetzt nicht genau auswendig aber der wert der hier immer angezeigt wird ist ja der reine dps wert ohne irgendwelche buffs ohne irgendwelche effekte die wir dann bekommen wenn wir auf der map laufen wenn wir mobs killen wenn die monster da sind und 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 na also das ist der reine dps wert hier im hideout und den haben wir jetzt um 10 über 10.000 gesteigert das heißt wir hatten haben so wieviel prozent sind das dann ja ungefähr so 15 bis 18 prozent haben unseren damage den reinen dps damage erhöht und der vorteil ist dadurch dass wir das mit den games auch erhöht haben haben wir jetzt der animate guardian war ja letztes mal hatte der ja noch 49.000 leben oder so jetzt noch mal 6000 leben noch mal dazu das heißt 6000 mal mehr leben heißt auch mehr lebensregeneration und das erhöht natürlich nicht nur den guardian den seine lebensfähigkeit auch vom golem ist noch mal erhöht wurden glaube vorher waren es 23.000 oder so oder 24.000 leben jetzt immer bei 28.000 auch die schemen sind natürlich stärker geworden durch den durch den buff den wir quasi dadurch erzielt haben und das ist so der way to go und halt falsch und das ist auch der grund warum ich hier ob es oder warum ich hier auf plus 1 zu kreaturen fertigkeiten gehe nicht nur auf der waffe auf dem helm dem schild es gibt natürlich noch die möglichkeit wenn man gut hat oder wenn man glück hat oder wenn es dass man das auch noch mit mit zauber fertigkeiten bekommt dann würde man natürlich noch mal mehr rausholen hier aus dem ganzen set habe ich jetzt nicht und ich glaube es gibt sogar eine waffe die das hätte aber die kostet so viel die kann gebe ich sage ich so wie sie ist die kann ich mir aktuell eh nicht leisten so genau und deswegen deswegen ich finde ich denke dass für das was wir an es kommt immer ein bisschen darauf an natürlich wenn ich viel farmen kann und wenn ich viel zeit habe kann ich auch viele ressourcen ranschaffen und kann ich dann viel investieren um auch stärker zu werden ich hatte auch schon liegen wo ich echt ein bonkers item getroppt getroppt bekommen habe das konnte ich für schweine geld verkaufen also wirklich und damit habe ich mir einen kompletten char aufgebaut der war so bonkers der hat fast alles sogar die endgame bosse fast gewonnen schottet nicht ganz aber fast gewonnen schottet und es ist dann einfach noch mal noch mal ein ganz anderes gameplay aber da muss man auch ehrlich sein wenn man so ein char hat also wenn man so viel kohle hat um das sich zu leisten zu können dann kostet der char also aktuell habe ich vermute so um die 30 bis 35 leicht 40 die weine ausgegeben klar man hat ein paar sachen schon früh gekauft in der liga die extra viel teurer sind als sie aktuell sind in der liga keine frage aber wenn du wirklich ein richtig bonkers richtig bonkers char haben möchtest dann reichen 30 40 die weinen nicht aus ja das muss man auch so klar sagen da musst du dann eher rechnen ja mit ein bis zwei miros und ein miros sind so drei vierhundert die weinen je nachdem wie der kurs ist ich weiß die preise nicht auswendig aber sagen wir 350 die weinen ein miros und wenn wenn du wirklich bonkers haben möchtest dann wahrscheinlich eher so zwei die weinen für einen das heißt 700 die weinen und von 700 die weinen sind wir muss man auch sagen sehr sehr weit noch weg aber gut das nur nur zur einordnung ansonsten habe ich ja kurz angeteasert und zwar gibt es ja hier in der werkbank dieser modifikatoren und zwar die verhüllten modifikatoren und man kann diese dieses diese verhüllten modifikatoren bekommen und zwar wie bekommt man die in dem man schon macht schon ist ein meister und dieser dieser meister hier den trifft man ihm neunten im neunten akt trifft man den ist doch der neunte ja genau im neunten akt wenn man hier runter läuft die weg vor der in den abstieg quasi macht trifft man dann in der wasser was 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 theory müsste trifft man dann oft schon und da kommen dann die betrayals also die 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 monster die von denen sondern überfallen wirst oder von den helden den du überfallen wirst und wenn du die dann besiegst dann kannst du sie das werden wir dann gleich sehen kannst du sie dann verhaften oder kannst du halt was sachen machen mit denen und diese diese monster oder diese gegner die wir dann besiegen können können je nachdem können items droppen mit verhüllten modifikatoren und diese modifikatoren sind dann ein bisschen schade dass ich das immer wegklicken muss sind dann diese modifikatoren ich habe auch schon einige bekommen zum beispiel den den ich hier auf dem zauberstab drauf gekraftet habe wo ist wo ist das immer hier unten irgendwo genau löst einen eingefassten zauber aus das genau das sehen wir hier genau wenn wir auf dem suffix lesen das steht meister suffix modifikatoren des ordens und das heißt ist vom 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 ding also von von der crafting bench aber steht jetzt hier nicht von welchen ok aber gut das sind die die sachen und jetzt ist die sache es gibt natürlich jedes unterschiedliche item helme rüstungen handschuhe schuhe etc und wenn ihr dann einen speziellen mod sucht ja zum beispiel hier irgendeinen mod für gürtel gibt es halt mehrere möglichkeiten entweder ihr laufst betrayal bis zum abwinken was natürlich auch eine farming strategie ist oder farming möglichkeit ist wo er dann einfach permanent die schon missionen macht auch diese betrayals dann weg klatscht und die lassen dann halt irgendeinem random item fallen und da können dann verhüllte modifikatoren drauf sind und dann geht es jetzt schon lasst diese verhüllten modifikatoren auf decken dann könnt ihr immer eine von drei optionen wählen und so bekommt ihr dann wenn ihr dann das rezept einmal über schon quasi freigeschaltet habt bekommt ihr dann das rezept ihr in eure crafting bench freigeschaltet und könnt es dann immer anwenden ihr seht wenn ihr drüber rollt ist jetzt dann bestimmte waffe von tor also welche bedingung oder von wem ihr das bekommt also es immer unterschiedlich entweder ihr bekommt das ist es an einem item gebunden also stiefel handschuhe gürtel halts kette regen schild was auch immer oder es ist so wie hier nicht nur an ein item sondern auch an einen bis zu einem besonderen hero gebunden das hängt immer ein bisschen davon ab aber man muss auch sagen wenn man das hier alles runter farmen möchte das ist langwierig und es dauert keine frage das ist eine farming möglichkeit diese ganzen rezepte freizuschalten es gibt dann noch eine zweite option und zwar geht man einfach in den handel und sucht dann wenn ihr wisst ihr braucht handschuhe oder köcher in dem fall um diesen mod zu finden das heißt ihr geht in den handel und kauft dann items in dem fall handschuhe köcher je nachdem oder welchen mod ihr halt haben möchtet und nur speziell ihr sucht dann halt in dem handelsfenster sucht euch genau das raus was ihr haben möchtet kauft das dann die items mit den verhüllten modifikator und jetzt dann mit diesem item wenn ihr das gekauft habt zu tun entschlüsselt das und haut sie item weg das ist man muss ganz klar sagen es gibt items die sind super billig die kann man auch so in größeren mengen im handel kaufen und dann einfach zu tun gehen die sachen zu entschlüsseln oder aufzudecken die rezepte quasi dadurch lernen und fertig man muss aber auch sagen es gibt einige items die sind super selten super teuer und wenn ihr das item ja von irgendeinem kauft und dann zu tun geht habt ihr zwar eine möglichkeit von einem der drei die er anbietet aber es kann ja sein dass dieser mod auf diesem item auch selten ist das heißt er kommt viel seltener auf diesem item gerollt das heißt es kann dann sein dass ihr dann keine ahnung 10 20 keine ahnung wie viele ich will jetzt gar nichts groß in den raum stellen aber es kann dann sein dass ihr dann einfach mehrere ringe mehrere gürtel handschuhe was auch immer kaufen müsst bis ihr endlich diesen mod freischaltet ihr könnt das halt nur dahin forcieren oder beschleunigen dadurch dass wir auch wenn wir betrayal auf der map haben ja gar nicht wissen ob es ein handschuh eine hose oder was auch immer ist droppt sondern es kann halt irgendein item sein und dann muss es noch nicht mal einen verhüllten modifikatoren haben kann aber und durch den handel habt ihr halt die möglichkeit speziell nur handschuhe nur waffen zu kaufen und dann halt immer wieder zu rollen und hoffen dass ihr dann diesen mod bekommt den ihr haben möchtet das sind so die zwei möglichkeiten die eines dies würde ich sagen die farm intensive möglichkeit wo man sich das selber erarbeitet und die andere ist vielleicht die gezieltere methode um einen oder ja um einen speziellen mod zu bekommen zum beispiel ringe amulette sind halt manchmal sehr selten die trocken und dann braucht man echt viele ringe um das freizuschalten was man gerne haben möchte und manche rezepte ihr seht das na also dieser ist ein gutes beispiel gerade dieser dieses rezept gibt es in drei stufen das heißt wenn ihr das erste mal ein item habt was diesen mod dann hat mana und mana kosten von fertigkeiten rein eins das ist dann immer minus mana kosten für ringe zum beispiel oder amulette dann bekommt ihr quasi beim ersten mal lernen die erste stufe ihr müsst es aber dann weiter farmen um den zweiten beim zwei wenn ihr wieder den ring habt wieder mit diesem mod und den wieder auswählt dann könnt ihr erst die zweite stufe freischalten und beim dritten mal die dritte stufe das heißt selbst wenn ihr beim im handel dann auch items kauft und es gibt ja es gibt einige mods die mehrere stufen haben und ihr habt nur die erste stufe freigeschaltet dann könnt ihr halt nicht minus sieben mana zu skills kraften sondern könnt ihr halt ich glaube die erste stufe hat nur vier oder so minus vier mana und je nachdem wie wie hoch der rang ist es gibt manche die haben nur zwei ränge manche haben gar keine ränge also die haben halt nur hier unten sind halt die er die rennen range zum beispiel hier zum beispiel da gibt es auch skills die haben kein ring wenn ihr das einmal habt dann könnt ihr das rezept freischalten und der vorteil ist wenn ihr das rezept einmal über schon quasi freigeschaltet habt dann könnt ihr auch in der werkbank wenn ihr gerade wenn ihr viel graften wollt könnt ihr dann hier immer aus der aus dem vollen schöpfen ansonsten empfiehlt es sich auch entweder seid ihr in einer gilde es gibt auch einen discord server obwohl ich dann nicht so der freund bin aber gibt es ich möchte das erwähnen dass es das gibt dann könnt ihr leute anschreiben und fragen habt ihr den oder den mod schon freigeschaltet weil man man trifft ja in der story man trifft ja hin und wieder in den maps auf bitrail auf june und kriegt dann halt irgendwelche items die entschlüsselt man und läuft halt weiter und dann schaltet man halt einige rezepte frei und mal hat der eine das andere rezept mal der der eine das das nächste rezept und da kann man dann auch sich intern nachfragen wer das rezept hat bestehen dann der kann dann sagen ja ich habe das rezept das kostet einmal kraften kostet halt ressource x y hier sind das zum beispiel chaos ist können ja das ist eher dann uninteressant aber es kann zum beispiel ein exal sein oder es können auch die weinen sein irgendwo gibt es glaube ich auch die wein rezepte genau hier sind die die wein rezepte und er sagt dann einfach was es kostet das rezept ihr gebt ihm dann den gegenstand und da ist noch mal der hinweis wenn ihr jemanden den gegenstand x y gibt und wenn es ein fremder ist dann passt auf weil wenn ihr ihm den gegenstand gibt und er verschwindet dann damit dann hat hat er euch das den gegenstand geklaut ist mir leider schon mal passiert deswegen erwähne ich das aber in der regel ist es so korrekt du gibst ihm den gegenstand plus die ressource was es kostet manche machen das auch so du gibst ihm den gegenstand also keine ahnung das schwert die rüstung den handschuh er verkraftet das rezept einmal auf diesen 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 handschuh rüstung sagt es kostet zwei die weinen weil das rezept halt zwei die weinen kostet und er kraftet das gibt euch das item und ihr gibt es ihm als bezahlung diese zwei die weinen damit habt ihr quasi erst das ersten kraft bezahlt wenn ihr euch das item zurück gibt und ihr bezahlt ihn dann es ist ein bisschen besser als erst zu alles zu geben und dann vielleicht am ende gar nicht zu bekommen aber man muss auch fair sein gerade wenn man wenn ihr in einer festen gruppe in einer gilde oder wo auch immer seid dann passiert das deutlich seltener vielleicht auch gar nicht dass sowas passieren kann gerade deswegen sage ich das mit dem discord mir ist das tut leider schon mal passiert aber es gibt halt auch diesen disco da kann man sachen erträgen nicht nur wie toll also hier die kraften sachen auch viele 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 anderen sachen kann man dort kaufen und da ist es aber dann so dass man die leute nicht kennt man schreibt die halt einfach an der sagte ja mache ich und dann ist es meistens gut nur das item zu geben und dann wenn man das item von ihm zurückbekommt dann begibt gibt der gibt man ihm die bezahlung dafür für das was das rezept gekostet hat das nur als kleinen hinweis und diese möglichkeiten gibt es das heißt ihr müsst nicht in jeder season alles hier frei forschen also alle 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 rezepte alle mit verhüllten modifikatoren ihr seht ich habe das auch nicht ich habe einige rezepte habe ich hier oben freigeschaltet aber bei weitem nicht alle und ich wollte aber das noch mal erzählen wie ihr auch an diese rezepte kommt die ihr nicht selber besitzt wie funktioniert das jetzt mit schon wir treffen ja schon in der map schon hat hier noch ein bisschen lore für uns auch erzählt uns was über die anderen heroes und es gibt ihr diese ermittlungstafel dies am anfang ist sie komplett sowie hier einfach jede karte hat so ein fragezeichen und es gibt hier auch diese gelben und grünen und roten linien gibt es nicht auch diese items die hier daneben sind gibt es nicht ist so jede kachel schaut so aus ohne ohne verbindung außer die vier die vier gelben sind da sonst ist nicht und wenn ihr dann schon trefft und also ihr werdet eigentlich ist es anders gewährt jetzt von irgendwem von petrail das ist die petrail ligamechanik gewesen werdet ihr überfallen das kann in wir in intervention sein es kann ein bereich forschung sein es kann eine befestigung sein oder es kann ein transport sein von einer dieser vier fraktionen werdet ihr einfach random überfallen wenn ihr diese diese petrail je nachdem es können dann ein bis vier oder fünf je nachdem also jeder jeder überfalltrupp besteht dann aus mehreren leuten das kann einer sein das kann zwei drei oder vier leute sein und wenn ihr diese besiegt habt dann wir sind sie quasi auf dem boden festgenommen das sehen wir dann gleich in der map wenn wir das machen und dann könnt dann taucht schon auf schon ist hier der erst schon der meister und wir können dann die 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 betroth ansprechen und dann entscheiden was wir machen wir können sie verhaften wir können sie hinrichten wir können sie verhören wir können sie frei lassen es gibt da verschiedene optionen und alle entscheidungen die wir dann da auf der map treffen in welcher form auch immer positiv negativ das ist sehr individuell wird festgehalten festgehalten in den grünen gelben roten beziehungssträngen und in den items die sie bekommen je besser sie werden umso höheren rang sie aufsteigen diese monster oder diese diese helden oder ja betrayals oder genau umso mehr items bekommen sie zum beispiel hier an ein zwei sterne ding hat zwei items ein drei sterne drei items ein sterne hat ihr ein item na ihr seht wohin das hingeht und aber nicht jeder bekommt immer wenn er einen stern hat auch ein item das sehen wir hier zum beispiel er hat zwei sterne drei sterne sogar hat aber nur ein item ich glaube es war so ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher es gibt für alle betrayals insgesamt einen gewissen item pool sagen wir 15 stück und wenn diese 15 items vergeben sind an wen auch immer dann kann man nicht mehr items dazu bekommen und was bewirken die items die items bewirken was dann hier steht ihr seht zum beispiel bei ihm oben der helm der verbraucht leichen für leben das heißt wenn da bodies rumliegen würde er dies konsumieren so wie wir unser seelen opfer konsumieren dafür bekommt erleben bei den bei dem banner was er da hinten hat oder umhang hat er zusätzliche blitzresistenz mit dem boots zauber geschwindigkeit und so haben jedes item jedes einzigartige item was da vergeben wird verschiedene modifikatoren und die wirken sich aus das heißt die die betrayals werden können richtig knackig werden gerade am anfang einer liga wenn man vielleicht die sogar noch pushen möchte oder abfarmen möchte und sein bild nicht stark genug ist oder nicht stark ist so stark ist dass man die relativ schnell weg klatschen kann dann können die richtig strong werden und gerade auch wenn die hier vollgestackt mit items sind können da kombinationen rauskommen die echt böse aua wehtun im späteren verfahren im verlauf der season ist so meine einschätzung werden die monster relativ oder die 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 helden die hier sind ich will nicht sagen harmlos aber nicht mehr so nicht mehr so schwierig weil man deutlich stärker wird man hat mehr der mensch man hat mehr survivability und später ist das dann einfach schöner die abzufarmen jetzt ist noch die frage was bedeuten die gelben grünen und roten linien das sind beziehungen zwischen diesen charakteren und da kann man sagen es ist vollkommen egal welche beziehung herrscht ob die ob das eine grüne dass es die beiden sind wo sich wohl agieren die verstehen sich oder ob das zum beispiel hier eine rote verbindung ist im prinzip ist das erst mal egal weil wichtig ist auf diesem bord je mehr beziehungen und quer verbindungen es gibt umso stärker wird das bord umso krasser werden die belohnungen umso mehr könnt ihr aus dieser mechanik rausholen gelb ist quasi neutral die sind in dem fall gelb weil zu also hier ist immer der hauptmann der gruppe und der hauptmann hat aktuell vier untergeordnete leute in 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 und die haben jetzt keine positive oder auch keine negative beziehung miteinander er hat nur zwei untergebene obwohl er drei sterne hat das hängt dann davon ab wie ihr euch bei dieser bei diesen event auf dieser map entscheidet ob euch für gegen was entscheidet je nachdem er verändern sich dann hier die beziehungen es wechseln die leute die sorry es wechseln die leute die die verschiedenen positionen also es kann dann sein dass hier wagern von von befestigung zu transport wechselt oder umgedreht und genauso wie hier er mit dem gelben ist klar dass er hier in diesem punkt drin steckt in forschung sind diese vier aktuell und in intervention dieser das heißt aber wenn wir jetzt zum beispiel irgendein event haben auf der karte in dem fall eine forschung und wir werden von allen vier überfallen ihr von rin von tanne es und hillock kann es sein wenn wir zum beispiel mit 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 rin sprechen dass er uns als möglichkeit oder als option gibt wir verstoßen tanne weil die haben ja keine gute beziehung das heißt der wird verstoßen und er möchte sein body haben das heißt er verlangt dass wir hakun hierhin bringen und wir akzeptieren das dann würde hier die rote verbindung bleiben aber diese zwei leute würden jetzt als beispiel die die fraktion wechseln und so gibt es halt verschiedene optionen die wir dann auswählen können wo wir dann beeinflussen können bisschen was passiert wir können nicht auswählen oder nicht beeinflussen was für entscheidungen kommen aber wir können dann zwischen diesen zwei optionen wir haben drei optionen aber ja können wir dann auswählen und dann aus ja machen jetzt ist noch die frage was ist der gelbe balken der gelbe balken ist die der ja der information über den unterschlupf das heißt wenn wir hier von wenn wir ein forschungslabor treffen oder von der intervention überfallen werden wie auch immer bekommen wir durch die leute dadurch dass wir die ja dann verhaftet haben und befragt haben oder befragen bekommen wir information manchmal mehr manchmal weniger informationen und diese diesen fortschritt zieht man hier in diesem balken wir können dann auch gewisse leute festnehmen zum beispiel ein drei sterne general bringt mehr informationen als zum beispiel hier so ein einsterne ding wo sie hier zum beispiel er hat gar keinen stern er würde fast gar nichts bringen an informationen und wenn wir die leute dann verhaften kriegen wir halt schneller informationen und wenn wir aber auch andere aktionen durchführen bekommen wir informationen über diesen unterschlupf wenn diese leiste die ist hier fast voll wenn diese leiste voll ist dann haben wir die möglichkeit diesen diesen unterschlupf zu besuchen dafür gehen wir dann wenn das voll ist das ist jetzt meine hoffnung dass wir das jetzt in zwei maps laufen noch schnell und ja vielleicht noch eine map wenn wir damit schon reden dass das er uns dann die ermittlungstafel gibt dann können wir hier das anklicken und dann können wir quasi den unterschlupf besuch wir werden wir treffen dann auf diese vier oder auf diese leute die in diesem unterschlupf in dieser fraktion sitzen bekämpfen diese fraktion und können dann den den redelsführer quasi verhaften den müssen wir auch verhaften und er kommt dann hier unten ins gefängnis und der gibt uns dann informationen über ihn über den boss da möchte ich gar nicht so viel spoilern aber hier gibt es dann einen boss das heißt wir müssen immer diese diese unterschlupfe dann besuchen verhaften in den redelsführer der redelsführer ist halt der hauptmann der der hier in dem roten ist den können wir verhaften und je höheres level der hier hat also hier sind drei sterne general der würde mehr informationen pro runde wir können dann für drei runden verhaften als zwei sterne oder ein sterne oder null sterne genau und wenn wir genug informationen gesammelt haben wir würden dann hier diesen balken füllen dann bekommen wir die information wer ist der boss wo ist der boss und wir können dann den boss besuchen und dann hoffentlich weg machen und wenn der boss einmal gelegt worden ist dann wird das ganze board resettet das heißt alle alle monster quasi die karten werden umgedreht das heißt alle haben dann so ein fragezeichen wieder und wir können die map neu neu gestalten so und jetzt haben wir genug über btw geredet jetzt würde ich hier einfach mal irgendeine karte starten einfach damit ja von mir aus belagerung und zwar sagt ich mache einfach mal eine karte das können wir nicht laufen wir brauchen schon leben ja ein richtiger profi hätte wahrscheinlich die karte schon vorbereitet aber jetzt jetzt das ist es dauert nicht ewig so eine karte zu rollen das würde ich sogar mitnehmen und jetzt haben wir die möglichkeit entweder wir wir haben glück und wir treffen schon oder halt eben nicht da wir halt ja viele viele verschiedene meister haben also wir haben hier ein ein halber nico und hier hinten ist june betrayal haben wir natürlich noch eine möglichkeit hier über den atlas wir können hier einmal nico hier ist schon wir können hier zum beispiel schon ähm forcieren wir können auch hier wir können auch hier war das nicht hier auch dabei ich glaube hier war es nicht dabei aber auf jeden fall wir können auf jeden fall ähm genau hier haben wir schon hier genau hier ist betrayal ich habe sie nicht gleich gefunden die noten genau und hier wir haben hier nochmal die möglichkeit ich zeige es nochmal hier hier und hier unten betrayal zu forcieren das heißt hier können wir nochmal wenn wir wirklich sagen wir wollen gezielt betrayal farmen dann würde ich euch empfehlen sich die sachen anzuschauen und das zu leveln und damit könnt ihr natürlich den output der items der rezepte et cetera nochmal deutlich erhöhen gerade das was ich am anfang gesagt habe dass viele farmen der items ist manchmal ein bisschen viel und overload und wenn man da wirklich alles haben möchte ist man echt lange beschäftigt hier mit diesen betrayal noten kann man das ganze nochmal forcieren hier unten können wir nochmal extra dazuholen er ist der meister von der von der ligamechanik und sonst können wir dann hier diese ja diese sachen bekommen wir haben hier weiß gelb und rote zahlen das heißt immer wenn wir einen boss legen in der jeweiligen kartenfarbe zeig das mal nochmal kurz hier es gibt ja hier die t1 bis t5 sind ja die weißen maps von 6 bis 10 sind gelbe und von 11 bis 16 sind die roten maps und je nachdem wenn wir einen boss legen haben wir eine chance es ist nicht garantiert aber es ist eine chance da dass wir eine dieser missionen bekommen wir haben auch eine chance eine kirak mission zu bekommen aber wir haben halt eine chance eine von diesen vier missionen zu bekommen zusätzliche chancen auch hier irgendwelche anfertigungen zu bekommen das würde ich vielleicht gerne noch mitnehmen halt essenzen das und diese chancen kann man natürlich auch nochmal erhöhen und zwar hat man ja hier diese ganzen kirak sachen da könnt ihr nochmal die sachen erhöhen und hier habt ihr glaube ich die chance genau von einem zufälligen meister könnt ihr das nochmal erhöhen diese atlas mission also da kann man in diese atlas missionen kann man auf jeden fall auch noch was investieren und wenn man das wirklich gezielt farmen möchte ich möchte das euch jetzt nur einmal die grundmechanik zeigen und wie man da rankommt und ich mache das dann meistens so dass ich das dann nur hier einmal aktivieren das machen wir jetzt und das heißt bei den weißen maps haben wir noch vier ladungen gelbe maps zwei ladungen da ich weiß und gelb gar nicht laufe es ist nur zum level prozess gewesen da habe ich halt die paar missionen gesammelt hauptsächlich fahr ich ja nur die roten missionen und hin und wieder nehme ich mir halt irgendeinen meister halt mit einfach so zum just for fun und in dem fall geht es jetzt hier darum nur den june oder der syndicate das ist es betreuen liga mechanik ich nehme hier nochmal unsere essenzen mit weil die farmen wir ja aktuell und dann geht es schon rein in die map so sorry ich muss noch kurz was trinken so dann geht es schon rein und wir wissen jetzt dass wir von betrayal überfallen werden aber wir wissen nicht wann und wo und normalerweise weiß man das wenn man das jetzt nicht so wie wir auswählen weiß man das nicht ob betrayal kommt sondern man spielt einfach die map und klatscht so die gegner weg das war die erste explosion aber das war die explosion vom brennenden enarschen das das ist die andere liga mechanik die wir da forcieren noch nebenbei so hier haben wir noch ich will nur weg weil da stand dass die leichen explodieren und da habe ich keinen bock in den in der leichen explosion drin stehen zu bleiben bin ich ehrlich so und jetzt haben wir gesehen jetzt ist hier der grüne blitz gekommen und wir werden überfallen es wurde es hat sich ein portal geöffnet und man kann schon sagen zu 90 prozent findet ihr nicht die anderen anderen optionen wie forschung festung oder transport sondern zu 90 prozent kann man sagen werdet ihr zuerst von dem der gruppe invasion ja überfallen ihr seht es kommt dann zu einem portal auf da kommen die je nachdem wie viele leute aus der gruppe sind oder wie viele da sind kommen durch das portal durch und überfallen euch wenn ihr dann alle besiegt habt es kann auch sein wenn ihr den boss besiegt habt aber nicht mehr rankommt an die anderen weil die gerade weg laufen oder so dann kann es sein dass nach ein paar sekunden die dann einfach weil die sehen der boss ist weg der ist verhaftet verhaftet heißt hier die sind hier am boden ihr seht das die sind hier so in seiner in seiner gefesselten haltung dann verschwinden die anderen auch gerne mal über das portal deswegen gerade am anfang ist einer liga immer bisschen schwieriger gegen die zu fighten später wenn man genug damage hat und sie relativ schnell legen kann ist das relativ ja relativ einfach alle zu bekommen und jetzt sehen wir auch wer uns überfallen hat aus der truppe und welche welchen rang sie haben wir sehen auch ich glaube hier sieht man auch dass der ein item hat bin ich mir jetzt nicht 100% wie gehe ich vor ich gehe immer so vor dass ich den nehme mit dem niedrigsten rang das ist jetzt im fall er ihn quatsch ich an und wir bekommen hier die ermittlungstafel genau hier mit dem mit dem item sieht man dass man mit dem helm quasi dass er items hat aber man sieht nicht welche items er hat und jetzt bekommen wir quasi drei optionen wir können ihn verhören das heißt bei einem level 0 rang für drei runden verhören würde er uns eine information pro runde geben das heißt in summe drei punkte das heißt drei prozent das würde reichen um diesen unterschlupf zu bekommen ist aber in ehrlich wenn man ehrlich ist nichts ich mache das immer so die untersten ränge mache ich hier ich richte sie hin das hinrichten bewirkt dass sie fast immer nicht immer aber fast immer einen rang dazu bekommen das heißt er steigt von 0 auf rang 1 auf also so wie sie und er wechselt dann weil er ist jetzt in in der in der forschung und er wechselt dann zur intervention ich klicke jetzt hier mal drauf jetzt haben wir gesehen es ist ja von hier hier rüber gewechselt diese beziehungen bleiben bestehen und er hat jetzt irgendein item fallen lassen und jetzt ist quasi er in dieser in dieser in dieser intervention drin also das was wir haben games bekommen games leveln können so und dann gehe ich immer her nimm dir die zweiten oder den zweithöchsten oder den nächst höchsten ran hier bekommen wir jetzt 20 informationen intervention und camera und alicia werden rivalen das heißt diese zwei verstehen sich dann nicht mehr und wir haben schon gehört das ist eigentlich ist uns egal ob die sich verstehen oder nicht verstehen das hat dann nur damit zu tun ob die zusammen oder gegeneinander arbeiten aber da wir so viele quer verbindungen auf dem bord haben wollen wie wir wollen ist das eine gute option wir nehmen diese jetzt haben wir gesehen der 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 faden hat sich in rot verändert das heißt wir haben eine beziehung geschaffen und hier haben wir auch das erste item und wir sehen unten den verhüllten modifikatoren ich sammle das mal ein jetzt reden wir noch mal mit ihr mit dem chef und jetzt können wir auswählen wir können sie verhören das würde uns nichts mehr bringen weil wir haben hier schon alles wir haben da gesehen wir können den unterstupf besuchen das heißt diese option würde ich nicht wählen ich würde auch in dem fall diese option nicht nehmen alle rivalen werden der syndikat verlassen syndikat ist im fall diese intervention sie würde dann quasi rausgehen sie würde hier unten irgendwo in den neutralen bereich wo rein gehen aber wir wollen ja auch so viele mongegner wie möglich in einem syndikat haben das heißt in diesem fall würde ich die dritte option wählen es passiert nichts wir werden noch mal gefragt ob wir das wollen ja wollen wir der vorteil ist wir haben jetzt nichts verändert sie ist weiter in diesem ding drin das heißt wenn wir den unterstupf dann besuchen haben wir drei helden und das zeige ich dann gleich auch noch mal was da passiert und den unterstupf würde ich nicht in der map öffnen ich würde das dann später im hideout öffnen so hier haben wir noch mal ein item bekommen und noch mal ein unique jetzt können wir mit june reden er quatscht halt noch ein bisschen und hier haben wir noch mal die ermittlungstafel was wir gerade gesehen haben und wir können die gegenstände enthüllen das heißt ich gebe ihm den item und klicken mal hier drauf und jetzt sehen wir haben wir eine von drei optionen ich würde euch raten nehmt immer das rezept was weiß ist seiden der der gegenstand ist so gut dass sich ein anderer mod wirklich drauf lohnen würde in denen man muss leider sagen zu 99 prozent der fälle ist das item shit und wir wollen eigentlich nur die crafting rezepte haben das heißt ich nehme immer das rezept was ich nicht habe oder halt irgendeines wo ich noch nicht stufe auf leveln könnte also wenn jetzt hier zum beispiel steht eins und dann hier drüben glaube ich zwei dann weiß ich dann würde wenn ich das rezept nehme dann würde ich die dritte die zweite die nächste stufe freischalten in dem fall möchte ich das einfach lernen jetzt haben wir das rezept erlernt wir haben das in der crafting band wir können das dort nutzen das item ist für mich wertlos deswegen lasse ich das gleich fallen das gleiche machen wir jetzt hier nochmal mit dem boot hier haben wir schon alles ja wie hier ist jetzt nichts neues für uns neues dabei man könnte recht überlegen ja die schuhe sind gar nicht so bad wir haben zweimal resi drauf und wir haben da noch platz für einen prefix das heißt wir können noch mal leben darauf kraften das heißt ich würde diese option nehmen und die lege ich mal auf die seite zeige ich euch dann es ist relativ selten dass wir echt so ein gutes item bekommen der golem ist weg da will ich nicht so drin stehen in der engstelle so 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 So, hier nehme ich das. Das sind einfach die Altare. Wenn ihr euch da auch Interesse habt, da vielleicht mal mehr Informationen zu bekommen über diese Altare, auch gerne in die Kommentare. Ich bin da gerne bereit, hier Sachen zu beantworten und auch wenn da wirklich auch Interesse besteht, kann ich auch dazu noch ein Video machen. So, schöne Essenzen mitnehmen. So, und hier haben wir die Festung. Die Festung ist immer recht leicht zu sehen, da sie hier diese ja, diese diese relativ Items immer an sich oder diese Tore sind halt mit diesen Betrayal-Zeichen verschlossen quasi. In dieser Festung gibt es hier so Totems. Wenn die Totems stehen und die Betrayals hier durchlaufen, dann werden die dadurch geheilt. Ich lasse das jetzt mal, damit wir das hier sehen. Und ansonsten gibt es hier Tore, die die quasi schützen und sie teleportieren sich dann immer aus dieser Festung raus. Deswegen meine 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 Empfehlung ist da immer versuchen relativ schnell die erste Tür quasi zur Festung zu öffnen. Ich will jetzt hier nur aufräumen, damit wir hier in Ruhe quatschen können. Genau, hier eines der Tore aufmachen, rein, diese Totems klären, soweit wie es möglich ist. oder so schnell, weil damit die halt nicht gebufft werden, die 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 Betrayals, damit die halt hier nicht ja nicht gebufft werden durch diese Totems, dass ihr sie leichter killt. In dem Fall machen wir genug Schaden. Sie sind noch nicht mal durchs Tor gekommen, waren schon waren schon gone. So, ich nehme wieder den Schwächsten, den ja erstmal hinrichten, weil der Vorteil ist, was ich auch sagen muss, je wenn ihr bei den Schwachen quasi anfangt und diese hinrichtet, dann werden die Besseren nervös und bieten euch später, bei den späteren Optionen bessere Optionen an oder bessere Möglichkeiten an als umgedreht. Wenn ihr zuerst die Starken verhaftet, die Schwachen können euch nicht mehr so viel anbieten. das ist halt der Grund, warum ich immer zuerst mache ich ihn zum Drei Sterne oder ich möchte ihn zum Drei Sterne machen. Mal sehen, ob er uns dann gleich was anderes anbietet. Ne, ok. Und jede Entscheidung, die ihr hier trefft, verändert. Ah, dann wird er aus dem Ding rausgeschmissen. Das heißt, er übernimmt seinen Posten. Ja. Wir haben ihn jetzt quasi wir haben jetzt dafür gesorgt, dass er Chef wird. Er wurde quasi aus dem, weil die Beziehung schlecht war, wurde er rausgeschmissen und jetzt haben wir hier ein Fragezeichen, dass es der Letzte ist, oder da wir wissen, dass es eher Chorell ist, wissen wir zwar, wer er ist, aber im Grunde habt ihr immer diese Karten mit Fragezeichen am Anfang und ihr müsst das erst aufdecken und dann wisst ihr, wer wer ist. und er, da wir ihn ja quasi aus dem Syndicate rausgeschmissen haben, gibt er uns jetzt keine Option mehr an, weil er direkt raus ist. So, das tausche ich noch. Achso, ja, okay, das hat jetzt, das hat jetzt nicht so viel gebracht, sondern wir sollten hier zuerst die Sachen freischalten und wie gesagt, ich nehme zu 99% immer das, was ich nicht habe, einfach um das Rezept zu lernen, schmeißt das Item weg, das Item ist sogar so schlecht, das wird noch nicht immer mehr gehighlighted. Deswegen zu 99% sind die Items Shit, die ihr bekommt. Für euch ist nur interessant das Crafting Rezept. Hier lernen wir auch nichts Neues, lassen wir fallen. Ja, okay, damit haben wir das. Gut, dann geht's weiter. Ich sollte nicht nur looten, sondern ich sollte auch einfach, einfach, einfach so fasziniert gewesen von dem Unique. Ist jetzt kein krasses Unique, aber es war halt irgendwie und einfach daneben stehen geblieben und ja, was soll passieren? So, den Rest, ja, vielleicht das noch. Ja, der Rest ist jetzt gar nicht so wichtig für uns. Oh. Es trifft sich ganz gut, weil wir sind eh voll. So, er möchte er möchte den Gürtel haben mit 16% oder? Ja. Geben wir ihm natürlich. So, ich mache jetzt nochmal Dings an, dass wir jetzt hier nochmal, wie er sieht, jetzt, ich bin da relativ locker, aber es glaube ich immer ein bisschen unangenehm, glaube ich, ich weiß nicht, ja, ob das, ob das dann fürs Video, ob man das wirklich dann, ob das jetzt so entscheidend ist, ob man das sieht im Video oder nicht. Wahrscheinlich nicht, ist wahrscheinlich sogar besser, man, man, man ist da konsequenter in, in, in die Stunde, was man da aufnimmt, einfach um, die Sachen kommen weg, die Schuhe, zeige ich euch, was ich jetzt meine, wir haben ja relativ gute Resistenzen, wir haben sogar ein 27% Movement Speed, ist jetzt nicht ultra bonkass, aber ich würde jetzt hier einfach für zwei Chaos im Schnitt ist das ungefähr nochmal Leben drauf kraften, ich mache das dann nicht immer, aber ich mache das dann gerne, dass ich einfach das noch ein bisschen anpreise, die paar, ja, Platten Schrott, die wir da haben, ist eh nichts wert, dann mache ich gerne auch noch vier Sockel drauf, so, das, dann einfach vier Links, das, und ich würde das sogar, ich würde sogar mal, ah, vier Chaos, mehr wird da keiner zahlen, so, packe ich das da rein in den Handel, dann, wenn wir Glück haben, kauft das wir nicht jetzt, weil jetzt haben wir ja unseren D&D eingeschaltet, aber, dann, ich werde euch, wenn ich es nicht vergesse, euch berichten, ob wir das verkauft haben oder nicht, okay, so, hier haben wir noch eine Essenz, ja, leider nicht so geil ist dabei, ah, ist hier unten noch was, ne, hier unten ist nichts mehr, hat kurz so ausgeschaut, deswegen wollte ich da nochmal kurz reinschauen, und hier haben wir dann das dritte Syndikat, ihr könnt sagen, ihr bekommt immer drei Optionen in den Karten, welche drei Optionen ist es random, jetzt haben wir hier quasi die Forschung bekommen, es kann, könnte auch sein, dass wir Transport bekommen, das ist natürlich random, welche drei Möglichkeiten ihr bekommt, aber ihr bekommt eigentlich immer drei Optionen, zu 99% würde ich sagen, ist die erste immer die Intervention, also ihr werdet von dem Interventionsteam überfallen, das ist immer die, meistens die erste Option, und da sieht man dann erst, okay, oh, Betrayl, und die anderen zwei sind dann entweder Transport, Forschung oder Festung, in dem Fall haben wir jetzt hier die Forschung bekommen, ich würde sogar die Forschung erstmal machen, Forschung bekommen, ähm, wir würden dann hier noch den Transport bekommen, das ist dann so, ja, so ein, so ein, so ein, wie sagt man das, so ein, ja, ein Transport, es ist dann ein automatisierter Transport, der von, von A nach B läuft quasi, und, 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 und der wird halt von dem Betrayl begleitet, und wir müssen halt die Betrayls killen, und dann stoppt der Transport, sobald der Boss gelegt ist, und die anderen folgen dann, sobald die, oh, da müssen wir raus, das einzige, was mir aufgefallen ist, in den, in dieser Season, ich weiß nicht, ob das in der letzten Season auch schon so war, aber, ihr habt es gesehen, die Dudes, die mit ihren komischen Lasern hier auf diese Totems drauf schießen, mir ist es jetzt schon ein paar Mal passiert, wenn man in diesen Laser gerät, dass der so viel Damage macht, dass man instant, oder relativ schnell stirbt, ich weiß nicht, ob das in den anderen Ligen auch schon so war, ich kann mich da nicht dran erinnern, mir ist es in dieser Liga das erste Mal so richtig krass aufgefallen, und wir sehen, hier sind drei Leute in der Erforschung, aber wir wurden nur von ihm überfallen, das heißt, obwohl hier mehr Leute sind, wurden wir halt nur von einem überfallen, und jetzt können wir uns überlegen, gar nichts mehr zu Forschung, das heißt, er würde, wo ist er? Wo ist denn er? Achso, wir können den noch nicht anquatschen, ist der hier? Ne, Waggan? Ne, hier ist Waggan. Ich mach das jetzt einfach mal, aber er war doch Corell, oder? Ja, okay, da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber ja, ihn haben wir ja hier quasi rausgeschmissen, und er ist jetzt hier in dem Ding wieder eingetreten, wir haben wieder neue Items, so, quatschen wir kurz mit Jun, das ist eigentlich das Wichtigste, wir nehmen hier die Rezepte mit, und so könnt ihr die Rezepte farmen, wenn ihr euch die nicht alles erhandeln wollt, wie gesagt, es gibt Items, die sind recht günstig, die bekommt ihr, ah, die Maske ist das, ihr bekommt die recht günstig, und viel im Handel, und dann könnt ihr auch das so relativ hoch pushen, es gibt aber auch Items, die sind echt teuer, und wenn ihr da mehrere braucht, um ein Rezept zu lernen, dann, ja, dann ist das manchmal nicht so geil, diese, diese dann über den Handel quasi so zu bekommen, so, ich mach hier schnell mal die, 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 die Expedition uns klar, ja, physischer Schaden ist uns ja vollkommen egal, da wir ja keinen physischen Schaden machen, so, dann starten wir das Ganze, zünd auch diesmal gleich meine Wahl, es zeigt sich einfach, dass es einfach noch schnellerer Clear ist, dann, wenn wir sollten, oder ich hab schon gemerkt, man sollte immer relativ gut in Bewegung bleiben, gerade wenn die hier mit ihren Schilden kommen, die haben nicht nur Energieschutz, sondern die haben dann auch in dem Fall nicht so krass, aber es gibt dann, je nachdem, welche Mods da drauf sind, die haben dann so ein Schild vor sich, eher was sie schieben, was sie dann auch, ähm, ja, ganz gut Damage reduced. Ach, sind wir schon wieder voll? Ach, ne. Ja, das ist immer das, das 3D-Schach mit dem, mit dem Inventory. Okay, wir werden gleich nochmal ins Invent, ins Hideout gehen. Hier haben wir sogar einen Expedition Lock, sehr gut. gefühlt kommen auch relativ wenige Expeditions Lock, also, ja, ich habe schon ganz gut zusammengefarmt, einfach weil ich relativ von Anfang an einerseits das mit der neuen Mechanik, mit dem einen Impaler testen wollte, ich will mich, ich will nicht sagen Committed habe, aber doch relativ schnell auf Dings gegangen bin, auf, auf Betrayl, äh, Betrayl auf Expedition, einfach um ein bisschen das zu forcen, habe ich in der Zwischenzeit doch das eine oder andere Lockbuch gefunden, aber gefühlt schon nicht so viel. Wir können ja nochmal am Ende reinschauen in die Kiste, sind, ich schätze schon so, keine Ahnung, 20 Lockbücher oder so, es ist schon was zusammengekommen, aber ich hatte das Gefühl, in anderen Ligen, anderen Season, habe ich davon schneller mehr bekommen. Aber es, wie gesagt, es ist immer so eine sehr individuelle, ich habe das nicht quantitativ gemessen und ich kann das jetzt auch nicht quantitativ irgendwie belegen, dass das auch stimmt, dass das so ist, sondern es ist einfach nur eine Gefühlssache, es kann sein, dass das gar nicht der Wahrheit entspricht, aber das sollten wir vielleicht nicht stehen bleiben. so und damit haben wir die Map. Wir sehen auch, dass wir die Expedition alles abgeschlossen haben, alles fein, wir gehen raus und hier ist es so, wenn wir den Boss legen, in dem Fall haben wir nichts bekommen, aber wenn wir den Boss legen, was dann gerade in späteren, es kommt immer ein bisschen drauf an, aber ich mache es gerne, dass ich den Boss mitnehme und dann habe ich einfach die Chance, dass ich eine Mission bekomme, wenn ich keine bekomme, ist es auch okay, wie gesehen, ihr könnt auch diese, wie häufig und wie viele Missionen ihr bekommt, könnt ihr auch über den Atlas Tree forcen, also ihr könnt das dann auch noch steigern und dann ja, somit den Output erhöhen, es sind doch schon 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 30, 34, 35, ja, ja, ihr seht, es ist schon was zusammengekommen und ich bin auch immer relativ hohe Maps gelaufen, also alles so 82, 83er Mobdichten, also Monsterstufen, das passt, aber gefühlt hätte ich gesagt, in anderen Ligen hatte ich da einfach mehr, kann sein, dass es, ja, dass ich da jetzt falsch liege, wie auch immer, aber jetzt haben wir das soweit fertig, wir haben Betrayal gemacht und wir haben ja genug Informationen bekommen, damit wir diesen Unterschlupf, ja, damit wir wissen, wo der Unterschlupf ist und jetzt reden wir mit June, er gibt uns noch mal ein bisschen Lore und jetzt können wir hier einerseits die Ermittlungstafel uns anschauen, sehen hier den Unterschlupf, aber wir können auch hier Unterschlupf des Syndicats, wenn wir hier draufklicken, kriegen wir noch ein bisschen Lore, ich scrolle mal runter für die Leute, die sich das gerne durchlesen möchten, das vielleicht noch nicht so oft gesehen haben, kriegen wir noch ein bisschen Lore darüber, ansonsten gehen wir hier auf die Ermittlungstafel, klicken hier auf Unterstupf und deswegen empfehle ich euch, macht das lieber in eurem Hideout, weil dann bekommt ihr im Hideout sechs Portale und zu diesem Unterstupf, wenn ihr das in der Map macht, dann bekommt ihr in der Map diese sechs Portale, das heißt, wenn ihr Probleme in der Map habt oder die Map nicht fertig läuft, wie auch immer und ihr würdet die Map verlassen, dann habt ihr unter Umständen auch nicht den Unterschlupf im Syndikat gemacht, deswegen ich empfehle euch immer, macht die Map fertig, spielt alles fertig, macht euch alles soweit fertig, im Hideout sprecht dann mit June, er gibt euch das Hideout, er gibt quasi diese sechs Portale, jetzt gehen wir in dieses Portal rein, jetzt kommen wir in den Unterstupf, das ist nicht der Boss, das ist nur die eine kleine Fraktion auf der ganzen Tafel, in dem Fall sind wir hier beim Strand oder Bucht, je nachdem und wir müssen uns jetzt hier einmal den Strand entlang kämpfen, und auch hier auf diesen Strand Sachen gibt es dann unterschiedliche also je nachdem welches Hideout ihr dann besucht gibt es dann auch unterschiedliche Monster ein bisschen unterschiedliche Mechaniken wo ihr dann nochmal Loot herbekommt ich kann euch nur empfehlen es gibt Unterschlupfe da gibt es jede Menge von diesen Fässern die da rumstehen macht oder haut auf diese Fässer drauf dann spawnen daraus meistens so kleine Ratten Mäuse ich würde es eher Ratten nennen aber daraus spawnen Mobs diese meistens so Elite Sachen nicht immer aber oft auch irgendwie so Elite Mobs und wenn ihr diese Mobs quasi cleart dann habt ihr höheren Chance auf guten Loot entweder gute Karten Currency was auch immer gerade aus diesen kleinen aus diesen Fässern kommt kommen diese Elite Monster und wenn ihr die macht kommt dann gerne aus diesen Elite Monstern kommen dann gerne auch guter Loot ich mache es dann meistens so dass ich wenn ich hier unten angekommen bin hier am Unterschlupf ich stelle hier ein Portal hin achso das war die letzte Explosion das heißt ich stelle das Portal deswegen hin einfach wenn wir jetzt hier drin sind und kämpfen gegen die Bosse oder gegen die Bewacher des Unterschlupf dann und wir sterben dann müssten wir jedes Mal den Strand runterlaufen und diese Arbeit möchte ich mir meistens ersparen falls es wirklich passieren sollte einmal ein Portal stellen dann sind wir direkt da hier haben wir einen Raum der Raum ist verschlossen der verschlossen wird er hier durch diesen Boss und er ja er labert uns jetzt ein bisschen was an Kotelett an die Backe wir bekämpfen ihn wenn er ungefähr bei 50% ist vom Leben holt er seine Bodies dazu also seine Mitleute aus diesem aus ja aus diesem aus diesem Unterschlupf und die sind hier ihr seht hier sind die Leichen aber wir können nur mit dem Anführer sprechen und das machen wir jetzt auch wenn wir so einen Unterschlupf einmal betreten haben wir haben die drei besiegt wir können mit dem Anführer und nur mit dem Anführer können wir sprechen deswegen ist wichtig je mehr Sterne der hat um so mehr Informationen bekommen wir in dem Fall 10 ich glaube 15 sind es wenn es ein 3 Sterne Ding ist also ihr seht ein Nuller würde glaube ich nur eine bringen ein Sterne bringt 5 und immer 5 Punkte mehr so wir hören das heißt er geht ins Gefängnis wenn hier mehrere Leute in diesem Rang sind dann übernimmt einer aus dieser Truppe übernimmt den Posten des Hauptmann also einer wandert hier hoch und die anderen verlieren dann ihre Posten und fliegen quasi aus dieser Kategorie raus und die werden dann hier unten im neutralen Teil des Bordes gelistet und wenn wir jetzt dann weiter June laufen werden wir wieder überfallen wieder von irgendwelchen Leuten und je nachdem welche Entscheidungen wir treffen wechseln die dann in dieser Abteilung oder auch nicht und in dem Fall war es ja so dass wir sie verhaftet haben sie haben hier keine gute Beziehung da sie jetzt die Macht übernommen hat hat sich hier auch die Beziehung verschlechtert aber wir wissen dass es egal ist welche Beziehung die haben wichtig für uns ist nur je mehr Fäden hier auf der Map sind umso besser das könnt ihr merken so und jetzt haben wir das quasi erledigt drei Runden heißt drei Runden heißt drei Aktionen wenn wir eine Mission treffen wo wir von einer Intervention getroffen werden dann ist das die erste Runde reden wir mit dem die nächste haben wir zum Beispiel die Forschung dann ist das die zweite Runde und beim dritten haben wir den Transport da sind das die drei Aktionen und das heißt nach diesen drei Aktionen wird sie freigelassen sie geht dann hier in dieses in diesen unteren Teil des Bordes ist erstmal eine neutrale Person und erst später wenn wir dann hier oben wieder Sachen wirken wechselt sie dann zu irgendeiner Fraktion baut wieder neue Beziehungen auf etc wir bekommen jetzt hier nochmal Loot ich glaube wir können mit ihm jetzt nicht reden und wenn wir den Boss erledigt haben ist hier diese Tür erst geöffnet und wir sehen hier gibt es 1 2 Räume hier wären theoretisch noch ein Raum und hier wäre noch theoretisch ein Raum die Anzahl der Räume hängt davon ab wie viele ich weiß jetzt nicht wie ich in die Ermittlungstafel komme diese Anzahl dieser Räume hängt davon ab wie viele Leute in dieser Region drin sind das heißt in dem Fall hatten wir zwei Helfer hier oben ist der Boss und zwei Helfer zwei Räume hätte er der Boss vier Helfer wären hier unten auch noch die zwei Räume und jeder Hero den wir besiegen hat bestimmte Loot in dem Fall er bringt zum Beispiel Schatztruhen da ist jetzt ein Skarabäen drin bei normalen Helfern ist das immer eine Lootbox oder eine Crafting Bench das ist auch hier so hier haben wir auch eine Schatztruhe hier ist nochmal ein Skarabäen drin ok und beim Boss hier oben ist der Boss Raum Loot hier ist es normalerweise so dass dann zwei Optionen sind ok ist nicht normalerweise ist so dass der Boss dann den doppelten Loot bringt es kann aber auch sein dass der doppelte Loot sich jetzt hier ausdrückt mit das ist halt nur Bronzen oder Verrostet und das ist doppelt wer dann vergoldet hier der silberne Loot aber normalerweise war es immer so dass der Boss Raum doppelte Belohnung bringt und diese einfachen Boss Räume einfache Belohnung so wenn wir jetzt hier rausgehen ich glaube wir können nochmal mit June quatschen er hat nichts für uns genau und das ist jetzt die Ermittlungstafel sie ist jetzt verhaftet für und diese Information die wir hier bekommen das sind 30% am Ende mal 3 mal 10 und das sind dann 30% die wir von ihr oder vom Boss erfahren ich hoffe ihr konntet damit was mitnehmen also wir haben ja hier noch zwei Items bekommen und zwar einmal das ja neues auswählen wäre noch nicht schlecht und hier meinen Ring nice habe ich auch noch nicht das Rezept wie ihr habt sie gesehen ich habe relativ viele Rezepte nicht deswegen ist es jetzt nicht verwunderlich da so viele Sachen zu bekommen die wir nicht haben aber ich habe euch gesagt wie ihr das erfahren könnt wie ihr euch euer Pool Rezepte Pool erweitern könnt ich hoffe das war für den einen oder anderen interessant ich hoffe ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß an dem Wochenupdate und ich danke euch fürs Dabeisein wünsche euch noch ein schönes Wochenende und kommt gut in die neue Woche bis dann Servus